Was haben wir da drinnen? Äh... Small... Ach, für die Gaslampe, die wir ja nicht mehr haben. Naja. Wie gesagt, haben ist besser als brauchen. Damit kommen wir klar. So, ab nach oben. Mal vorsichtig umgucken, das sieht auch nicht aus wie eine Wasserflasche. Ach, Feuerholz, ne. Sieht gerade aus, als würde da was liegen. Ach, ne Batterie. Die nehmen wir auf alle Fälle noch mit. Haben die unterschiedliche Batterien jetzt eigentlich? Ne, haben sie nicht, ich dachte gerade schon. Nicht, dass sie noch unterschiedliche Batterien Größen haben, das wäre natürlich dann die fieseste Aktion überhaupt. Ja, die Batterie passt in das Gerät leider nicht rein. Ich frage mich auch noch, wie das nach... Man soll ja nachher irgendwie auch Sender aufbauen können, um mit den Radios hier herumzustehen, irgendwas empfangen zu können. Das wären dann halt so Sachen wie, äh... Beispiel hier, I'm Legend, wo dann halt irgendeiner so einen Sender dann halt rumhaut und die Leute dann kommt hier und hier hin. Hier ist es sicher. Um Leute anzulocken oder propagandamäßig, ne. Kommt da und da hin und ihr werdet umgebracht. Und natürlich auch, da steht wieder was rum. Da gehen wir dann auf alle Fälle hin. Wir lassen die Tür aber nicht auf. Obwohl es dir eigentlich egal ist, wenn die ja eh essen. Also, wenn wir etwas haben, dann ist es zu essen. Schade, die Tür geht nicht auf. Ich brauche was zu trinken, verdammt. Was Vernünftiges. Wir haben die leere Wasserflasche extra gerettet. Aber wo kann ich die auffüllen? Machen wir mal hier rum. Lieber hinter den Gebäuden lang, das ist vielleicht ein bisschen sicherer. Grundangst schwingt mit. Man merkt es, ich werde schon wieder so ruhig, ne. Ein Messer. Das muss auf alle Fälle mit. Dafür opfern wir den Schraubendreher. Weil man bestimmt mit so einem Messer auch Dosen besser öffnen kann, wie mit einem Schraubendreher. Warum klingen die Fliesen so, als würde ich über irgendeinen Metallboden schleichen? Das ist doch bestimmt wieder rottet. Verrottet? Ja, Rottenäppel. Ich will keinen verrotteten Apfel. Was schwebt da? Hand? Hä? Was? Handschellen. Das ist ja cool. Was es hier nicht alles gibt. Mit Handschellen. Kann man da eine Leute hier da noch festnehmen? Falls ein Bandit hier mal rumläuft. Gleich hier. Ist vorbei. Handschellen an und Feierabend. So, einen Helm. Brauchen wir nicht. Was liegt hier? Och, Munition. Die Munition nehmen wir mal einfach mit. Statt dem Kugelschreiber. Den brauchen wir, glaube ich, am wenigsten. Glaub ich mal. Oder muss man hier nachher so, äh, Notoperationen. Eine Kugelschreibermine raus. Und nur vorne die Kappe ins, äh, in den Hals rammen zum, äh, achso, das ist nur die Tür da unten wieder. Hier ist dicht, okay. Ja, hierfür beatmen, ne? Bei, weiß ich nicht. Kehlkopf, Zertrümmerung, wie auch immer. Was natürlich dann hart wäre, wenn man dann stirbt. Das muss ja dann wieder jemand anders machen. Das kann man nicht bei sich selber. Und was für eine Verletzung muss man dann denn haben? Wobei, wie gesagt, sowas ist natürlich so, äh, wenn man hier mehr auf Realismus geht, eigentlich sehr interessant, sowas alles einzubringen. Aber ob alles dann auch sein muss, ne? Zu viel Realismus zerstört das Spiel. Weil ab dann macht's keinen Spaß mehr. Ne, wenn man um zu viele Sachen, auf zu viele Sachen achten muss und so weiter. Gerade wenn's um sowas geht, ist ja dann irgendwann die Motivation auch weg. Weil's einem dann ja nicht mehr weiterhilft. Und was liegt da? Was ist das? Ein Seil. Ein Seil ist natürlich eigentlich wichtig. Auf alle Fälle wichtiger als ein Buch. Ich glaub mal, dass man die jetzt nicht... Okay, so. Das brauchen wir, das brauchen wir. Wir brauchen eigentlich alles. Alles, was wir haben, ist irgendwie wichtig. Hm. Ja, die Handschelle fällt auch nicht so. So, dann tauschen wir mal das. Und dann können wir das Seil mal mitnehmen. Ach, das nimmt nur einen Platz weg, scheiße. Naja, gut. Dann haben wir für das nächste, was wir noch finden, noch einen Platz. Hm. Ja, das müsste Czerno sein, ne? Kann ich nicht lesen. Ich kann kein Kyrillisch. Ich muss das nicht lesen können. Äh... Was haben wir hier? T-T-S-K-O-Pants. Aha. Ist auch nur eine Sechser, ne? Sechser haben wir selber. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Ist auch schon wieder was... Genau, ein Käppi. Äh, Käppi. So, und hier. Leer. Wieder raus. Puh. Ich müsste auf alle Fälle in die Nähe von diesem Turm. Aber ich glaube, ich bin bei der Vermutung, dass das... Das ist einfach zu lange her. Ich kann das so nicht mehr wirklich erkennen. Das ist schon traurig, ne? Ewigkeiten gespielt, dann irgendwann durch die Hacker, hat er keinen Bock mehr gehabt und jetzt nicht mehr wissen, wo man ist. Traurig, traurig. Äh... 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 Aber müsste hier doch irgendwo eine Kirche sein, wenn es Czerno wäre. In Czerno war doch eine Kirche. Bin ich mir nicht auch sicher. Okay, Luke wieder dicht. Was haben wir hier? Was ist das? Reis. Eine Tüte gekochter Reis. Oder ungekochter. Müssen wir doch kochen. Braucht man wahrscheinlich ja nachher noch einen Topf und sowas. Was sie hier reinbringen, ist eigentlich ganz cool. Was ist das hier? Ne Wollmaske. Kann ich die da drunter noch ziehen? Ja. Okay. Dann haben wir jetzt auf alle Fälle noch weitere Verschönerungsmaterialien gefunden. Noch mehr Stifte. Ich glaube nicht, dass man die braucht. Ich glaube, Stifte sind vollkommen überflüssig. Ich wüsste nicht wofür. Um nachher, wenn man eine Karte findet, auf der vielleicht dann was schreiben zu können. Aber sonst... Hier ist niemand. Seltsam. Ist alles so leer. Also der Server ist auf alle Fälle voll. Zumindest laut dem, was hier vorhin am Anfang durchlief. An Mitspielern. Müsste der Server auf alle Fälle voll sein. Das liegt da. Auch wieder verrottet das Obst? Ja. Was liegt hier? Äh. Ushaka? Äh. Das ändert den Helm. Nee, dann wollen wir das nicht. Ich glaube mal, dass es den Helm geändert hat. Es hat jedenfalls den Helm verfärbt. So. Hier ist nichts. Da steht was rum. Ah, eine Soda. Gleich trinken. Ne, wenn du wirklich was zu trinken wirst. Geht gar nicht. Kannst du nicht direkt trinken. Musst du erst. Na gut. Ab ins Inventar. Dann trinken. Ich benutze schon was. Was denn bitte? Drink. So. Jetzt benutze ich nichts mehr. So. I will do need to drink. Und mein Magen grummelt. Ist in Ordnung. Was haben wir jetzt hier? Wieder Futterdose, ne? Nein, nochmal eine Soda. Und hier hat er jetzt die Leere behalten? Ich habe jemanden gehört. Ja. Hätte ich wieder einen Stift? Den brauchen wir nicht. Gehen wir mal nach oben. Da ist schon mal keiner. Die geht nicht auf. Die nicht. Die nicht. Und die dann wahrscheinlich auch nicht. Nein. Also läuft bis jetzt ja noch. Sicher und ohne Zombies ab? Also ein, zwei Zombies könnten ja ruhig, aber... Na lieber gar keiner, ne? Keine Risiken. Das Tor ist zu. Da kommen wir nicht lang. Und zwar folgt nichts. Okay. So. Langsam werden. Was ist denn? Der große Turm. Ich glaube, ich habe mich doch wieder in der Stadt geirrt. Ich... Oh Gott. Ich weiß das einfach nicht. Erinnerungsvermögen gleich null. Wenn das der Turm wäre, müsste hier in der Nähe jetzt das... Da ist ein Zombie wieder ein bisschen... Äh... Ahnungslos. Und uneingreifbar. Gut. Ne? Alpha Bug ist in Ordnung. Ja. So. Alpha Bug. Ja. Ich habe es ja gesagt. Ist ja gut. Hat mich eines Besseren belehrt. Mensch. Oder eher nicht Mensch. Ja. Verrottet. Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist. Also lassen wir es hier. Respirator. Herregister is a drive. Ne. Is a... Oh Gott. Is a device designed to protect the... Weather from... Ach, das ist ne... Ist das so ne Maske? Ja. Falls ihr immer mit ABC Bomben anfängt rumzuwerfen oder was. So. Noch so ein... Gasteil brauchen wir wohl nicht. Eins reicht. Und wahrscheinlich werden wir auch das wegwerfen, wenn wir nicht eine neue Lampe finden. Oder habe ich die Lampe in die Box getan? Hmm. Ich habe aber immer Angst, wenn ich die Box nochmal reingucke, dass ich die dann verliere. Was haben wir hier? Ne Zange. Und eine Zange wird ja wohl nur ein Slot nehmen. Ich weiß auch noch nicht, was das ist. I really need to drink. Gut. Dann trink nochmal was. Dann können wir wenigstens die Zange mitnehmen. So viel Zeit muss sein. Aber... Soda macht nicht wirklich den Durst löschen, glaube ich. Okay, hier ist nix. Muss die Zange ja theoretisch auch wieder wegbleibt, wenn wir nochmal was zu trinken finden. Nichts ist wichtiger, als was zu trinken. Denn nichts haben wir weniger. Was liegt hier? Schraubendreher. Hatten wir, haben wir weggeworfen. Das Messer war cooler. Und wieder runter. Mal gucken, 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 gucken. Irgendwo hier in der Stadt, die Israeler, muss da auch noch was Schönes rumliegen. Eine Schusswaffe wäre wirklich mal was Schönes. Aber man kann auch nicht alles haben. Ja. Du bist doch bestimmt auch wieder so einer, der erst jetzt gleich reagiert. Ich muss wirklich ruhiger werden und nicht mehr so lustig. Ich darf mich nicht daran gewöhnen, dass es hier keine Zombies gibt. Was steht da? Da steht was Rotes. Ich fühle warmes Blut auf meinen Klamotten. Okay, wenn ich warmes Blut auf meinen Klamotten fühle, dann use ich mal. So. So. Okay, wenn es da im Rot steht, ist das schon mal eine gute Information. Merken. Es muss nicht immer raus sprudeln. Was auch, äh, wahrscheinlicher ist. Okay.